Aus einem Schieferblock können unzählige Platten hergestellt werden. Der Schiefer behält seine Haptik und Optik. Der geringe Steinverbrauch schützt so nachhaltig unsere Ressourcen. Das Material setzt sich aus einem Untergrund, Fiberglas, Klebstoff und Echtstein zusammen. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und lassen ihre Kreativität freien Lauf. Ob Wandverkleidung, Bad Sanitär, Fußbodenbelag oder Decken. Echtsteinhauchdünn kann umfangreich zum Einsatz kommen. Die Verarbeitung von Echtsteinhauchdünn benötigt lediglich drei unkomplizierte Arbeitsschritte und ist auch für ungeübte Heimwerker gut zu verarbeiten. Schützen, Schneiden, Kleben Zu Beginn der Verarbeitung von Echtsteinhauchdünn tragen Sie einen Schutz auf Ihre Sheets auf. Je nach Verarbeitungswunsch verwenden Sie einen bestimmten Schutz. Für die allgemeine Verwendung empfehlen wir, Ihnen Ihre Sheets mit der Slate Light Spezialimprägnierung zu schützen. Tragen Sie diese mit einer Schaumstoffrolle auf. Um Echtsteinhauchdünn im Nassbereich zu schützen, verwenden Sie die Slate Light Perlschutzversiegelung. Sprühen Sie diese aus ca. 20 cm Entfernung auf die zu versiegelnde Fläche und verteilen Sie den Schutz sorgfältig mit der Rolle. Lassen Sie den Schutz einwirken. Schneiden Sie Ihre Sheets mit Hilfe von handelsüblichen Holzschneidwerkzeug auf die gewünschte Größe. Die Sheets müssen bei der Vollflächenverklebung mit Kreppband abgeklebt werden. Tragen Sie den Kleber mit einem Zahnspachtel gleichmäßig und glatt auf Ihre Wand auf. Achten Sie darauf, dass entsprechende Rindeln zu sehen sind. Nehmen Sie Ihr Sheet und fixieren Sie es an der gewünschten Stelle an der Wand. Nach 48 Stunden ist das Material voll belastbar. Die Verlegung von Echtsteinhauchdünn als Bodenbelag verläuft analog der Beklebung an der Wand. Die Arbeitsschritte sowie die benötigten Materialien sind identisch. Der Kleber Patex One for All eignet sich besonders für die Anregung der Sheets an der Decke. Bringen Sie dafür den Kleber streifenförmig mit ca. 6 cm Abstand auf Ihr Echtsteinhauchdünnsheet auf. Drücken Sie Ihr Echtsteinhauchdünnsheet an die gewünschte Stelle. Je nach Wunsch können Sie es Stoß an Stoß oder mit Fugen verarbeiten. Dieser Kleber ermöglicht Ihnen auch nach der Anbringung im Anschluss kleine Korrekturen auszuführen. Füllen Sie anschließend die Fuge mit Silikon aus und wischen den Überschuss bitte ab. Ziehen Sie danach das Malerkrepp ab. Beim Kleben von Ecken benutzen Sie für ein ideales Ergebnis eine Profilleiste. Bringen Sie diese an die zusammengesetzte Ecke auf. Echtsteinhauchdünn eignet sich für vielseitigste Umsetzung. Echtsteinhauchdünn. 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 Echtsteinhauchdünn.